Autismus und soziale Traumatisierung. Ja, viele autistische Menschen wurden im Laufe ihres Lebens massiv durch ihr soziales Umfeld traumatisiert. Und das führt dazu, dass diese erfahrenen Traumatisierungen einen erheblichen Anteil besitzen an der klinischen Präsentation vieler autistischer Erwachsener, wie man sie gewöhnlich wahrnimmt. Darüber sprechen wir in diesem Video und dabei möchte ich vor allen Dingen auf zwei Aspekte eingehen. Nämlich erstens den Aspekt von Schüchternheit und sozialer Gehemdheit. Ist Schüchternheit und soziale Gehemdheit tatsächlich ein Symptom von Autismus? Fragezeichen. Wir werden in diesem Video, das nehme ich vorweg, sehen, dass dem nicht so ist. Auch wenn es im Internet häufig so behauptet wird. Ja, und zweitens haben Autisten häufig ein extremes Problem mit räumlicher Nähe und Distanz anderen gegenüber. Das heißt, wenn andere Menschen ihnen zu nahe kommen, zum Beispiel im Bus, in der Bahn, auf irgendeinem Markt oder in einem Stuhlkreis, dann fühlen sie sich sehr unwohl. Auch das wird häufig so interpretiert, dass dies unmittelbar auf den Autismus zurückzuführen sei. Wir werden aber in diesem Video sehen oder zumindest in Frage stellen, ob das tatsächlich so ist. Beziehungsweise auch das nehme ich natürlich an dieser Stelle schon vorweg. Und das könnt ihr euch eh denken. Nein, zumindest meiner persönlichen Meinung nach ist das nicht so. Also, herzlich willkommen zu diesem super interessanten Video zum Thema Autismus und Traumatisierung. Ja, schauen wir einmal in den brandaktuellen ICD-11 vom Januar 2024. Finden wir hier explizit die Aussage und ich mache euch hier natürlich auch eine Einblendung, einen Screenshot aus eben diesem ICD-11 und genau der Passage, welche ich jetzt hier im Deutschen für euch übersetze, beziehungsweise auf die ich mich beziehe. Zumindest dann nicht, wenn die Person, das Kind oder der Erwachsene ein völlig normales soziales Kommunikationsverhalten in ihm vertrauten Situationen zeigt. Nur dann, wenn zu der Schüchternheit und sozialen Hemmung auch eine klinisch signifikante Einschränkung im Hinblick auf das Kommunikationsverhalten des oder dem Betroffenen zutrifft, in vertrauten Situationen sollte an Autismus gedacht werden. Und das heißt, dass soziale Hemmung und Schüchternheit kein Symptom von Autismus sind, zumindestens nicht unmittelbar. Trotzdem wissen wir natürlich aus der Erfahrung, dass viele autistische Kinder und Erwachsene sowieso sehr, sehr schüchtern und sozial gehemmt sind. Also scheint doch Schüchternheit und soziale Gehemmtheit zumindestens ein typisches Begleitsymptom von Autismus darzustellen. Ja, das kommt aber meiner Meinung nach her in erster Linie von gesammelten und erfahrenen sozialen Traumatisierungen. Richtig ist, dass autistische Kinder häufig nicht wissen, wie sie mit anderen kommunizieren und interagieren können, weil ihnen die Regeln des zwischenmenschlichen Miteinanders schlicht nicht geläufig sind. Ja, daraus resultiert natürlich eine gewisse Ratlosigkeit. Daraus kann natürlich in Teilen auch eine gewisse soziale Hemmung entstehen. In der einen oder anderen Situation nicht genau zu wissen, wie kann ich auf den anderen zugehen. Daraus resultiert in erster Linie aber vor allen Dingen auch, dass autistische Kinder auf andere sehr, sehr merkwürdig wirken und in ihrem Sozialverhalten sich häufig unangemessen verhalten und dann von anderen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen auch ein negatives Feedback zu ihrem eigenen Sein erhalten. Ja, und dieses negative Feedback ist es in erster Linie, dass autistische Kinder und später natürlich die Jugendlichen und Erwachsenen sehr verunsichert, Angst in ihnen auslöst. Dass sie dann Angst haben, hey, wenn ich wieder auf jemanden zugehe und mich in bester Absicht, so wie ich es glaube, dass es richtig wäre, verhalte, dann werde ich dafür sozial sanktioniert. Indem man mir zu verstehen gibt, dass ich nicht richtig wäre. Indem man mich vielleicht sogar mobbt. Und das führt natürlich zur Schüchternheit und sozialer Hemmung. Dass diese Schüchternheit und soziale Hemmung, ich sage es nochmal und ich weiß, dass ich mich hier zu teilen wiederhole, allerdings nicht unmittelbar auf den Autismus zurückzuführen, ist, abgesehen vielleicht von dem kleinen Moment der Ratlosigkeit, wie kann ich denn auf andere, wie soll ich mich jetzt in dieser und jener Situation verhalten, das sehen wir schon alleine daran, dass viele autistische Kinder ja in ihrem Sozialverhalten auch grenzüberschreitend sich anderen Leuten gegenüber verhalten. Das heißt, typisch autistisch ist nicht nur nicht auf andere zuzugehen, sondern auch übermäßig, grenzüberschreitend auf andere zuzugehen. Okay, das ist hier ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und deswegen ist meine Message, dass Schüchternheit und soziale Hemmung in erster Linie auf erfahrene Traumatisierungen, welche natürlich auf die, ja, auf die autistischen Einschränkungen und sagen wir mal das böse Wort Defizite im sozialen Miteinander zurückzuführen sind. Ein zweiter Punkt, den ich hier am Anfang des Videos bereits benannt habe und auf welchen ich hier eingehen möchte. Viele Autisten haben ein großes Problem mit räumlicher Nähe. Andere, die zu nah bei ihnen stehen. Viele Menschen in einem Raum, da fühlen sie sich häufig regelrecht von bedrängt. Ich spreche hier explizit nicht von sozialer Überforderung, eben verschiedenste Player in einer sozialen Situation nicht mehr intuitiv verarbeiten zu können, sich einfach, ja, kognitiv überlastet, überfrachtet zu fühlen von verschiedenen Akteuren in einem Gespräch, in einer sozialen Situation. Nein, ich spreche hier durch ein emotionales Gefühl, das sich bedrängt zu fühlen, wenn andere zu sehr in ihrer Nähe sind. Das ist etwas, das insbesondere übrigens auch Mädchen und Frauen mit Autismus sehr genau kennen werden. Auch hier behaupte ich, dass das gar nicht unmittelbar auf den eigentlichen Autismus zurückzuführen ist, sondern auf erfahrene Traumatisierungen und erfahrene Grenzüberschreitungen. Dieses Gefühl, bitte komm mir nicht zu nah, ist sehr, sehr bekannt in der Psychologie als das Symptom oder die, ja, eine Folgeerkrankung von erfahrenen Grenzüberschreitungen oder sogar Missbrauch oder empfundenen Missbrauch durch andere. Und ich glaube, dass es auch im Bereich Autismus genau so ist. Viele Autisten sagen nämlich, ich habe überhaupt kein Problem, wenn mein Lieblingsmensch, das heißt der Lebenspartner, der Freund, die Freundin, der Mann, die Ehe, also der Ehemann, die Ehefrau ihnen ganz, ganz nah ist. Na, da haben viele Autisten gar kein Problem, da sehr eng zu sein, wollen eventuell sogar ganz, ganz viel kuscheln. Sensorische Überempfindlichkeiten hier mal ausgeklammert an dieser Stelle. Aber in aller Regel sagen viele Autisten, damit haben sie kein Problem. Viele Autisten haben auch kein Problem mit der Nähe zu Tieren. Hunde, Katzen, die dürfen ihnen ganz, ganz nah sein, viel mit ihnen schmusen. Ja, viele Autisten sagen, Hunde oder Katzen oder Pferde sind die besseren Menschen. Zumindestens für sie in ihrer eigenen Wahrnehmung, überspitzt formuliert. Ja, aber wiederum haben sie dann mit der räumlichen Nähe, der körperlichen Nähe, der Anwesenheit mit anderen Personen große Schwierigkeiten, fühlen sich unwohl bedrängt, regelrecht erstickt. Und deswegen sage ich, es geht hier scheinbar nicht darum, dass aufgrund einer autistischen Kernsymptomatik die prinzipielle räumliche Nähe von, ich sag's mal so, sich bewegenden menschlichen Gegenständen, so nehmen ja Autisten andere häufig wahr. Ja, zumindest ist es mir immer so ergangen und ich habe ja selbst die Diagnose auf das sogenannte Asperger-Syndrom mehrfach in meinem Leben gesichert erhalten. Ja, scheinbar ist das nicht das Problem, sondern es ist ein anderes Element. Und ich glaube, das ist jetzt wieder meine These und schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr dem zustimmen würdet oder nicht. Dass das damit zu tun hat, dass autistische Menschen, die sich nun einmal, und das geht jetzt wirklich einmal auf die autistische Kernsymptomatik zurück, in sozialen Situationen häufig überfordert fühlen und da vielleicht auch tatsächlich einen gewissen Ausrufungszeichen Abstand benötigen, eine gewisse Ruhe und Auszeit von anderen benötigen, da häufig dann von anderen und deren für sie normal empfundenen sozialen Miteinander und Abstand und Nähebedürfnis bedrängt wurden. Und diese Bedrängung in der Vergangenheit, die von nicht-autistischen Menschen als völlig, wie soll ich das sagen, harmlos, angemessen, normal wahrgenommen würde, sie überfordert haben und sie deswegen übersensibel geworden sind auf soziale Nähe, sofort zusammenzucken, wenn da jemand nur in ihre Nähe kommt. Nicht, weil schon dieses ihnen nahe kommen als solches problematisch wäre, sondern weil sie eine Angstreaktion, eine emotionale Allergie entwickeln, in der Befürchtung, man würde sie wieder nicht in Ruhe lassen. Man würde wieder immer und immer weitermachen und ihre Grenzen nicht respektieren oder gar sehen, wenn sie sagen, okay, ein bisschen mehr Abstand oder Ruhe oder einfach mal einen Tag Pause brauche ich jetzt doch. Also auch hier im Hinblick auf viele Menschen die Folge, hier Nähe und räumlichen Abstand auch nicht ertragen zu können. Meiner Meinung nach in erster Linie ein Symptom von sozialer Traumatisierung, dass hier also eine Art Menschenallergie entwickelt wurde. Nicht die unmittelbare Folge des Kernautismus sehen wir bewiesen, das ist meine These, dass Nähe zum Lieblingsmenschen häufig toleriert und auch eingefordert wird und dass auch Nähe zu Tieren zum Beispiel sogar eingefordert, gemocht wird, weil einfach Tiere nicht mit sozialen Überforderungssituationen assoziiert und in Verbindung gebracht werden. Wow, das war jetzt sehr viel, das war jetzt sehr komplex, was ich hier dargeboten habe. Ich hoffe, alle Leute, die sich dieses Video bis hierhin angesehen haben, konnten meinem Standpunkt folgen. Was können wir jetzt für ein Fazit daraus ziehen? Ich möchte in diesem Video einfach nur einmal den Appell vorbringen. Es wird ja in der autistischen Community selbst häufig diskutiert, dass die Lösung für all das wäre, andere Menschen möglichst gut auf Abstand zu halten, von anderen Menschen einzufordern, Autisten einfach in Ruhe zu lassen, aus dem autistischen Bedürfnis heraus von niemandem sozusagen behelligt zu werden. Dieser Ratschlag scheitert häufig an der Realität. Erstens, weil das Umfeld das häufig nicht tut und dieses übersteigerte Rückzugsbedürfnis von Autisten häufig auch dazu führt, dass sie zum Beispiel einem Beruf oder keinem beruflichen Auskommen nachgehen können. Das ist ein Fakt. Und das ist auch ganz wichtig hier zu sehen, dass sich ja auf der anderen Seite Autisten häufig auch Freundschaften wünschen, Soziales mit Auskommen wünschen und sich ja einsam fühlen. Okay, viele Autisten befinden sich in dem Dilemma, dass sie sich sozial überfordert fühlen aufgrund von Schüchternheit, dass andere ihnen nicht zu nahe kommen wollen. Und dann sind sie aber auf der anderen Seite einsam und wünschen sich eigentlich den Kontakt und fragen sich, wie kann ich das auflösen? Wichtig ist es hier für sich erst einmal zu reflektieren. Das ist das einfach, was ich hier anregen möchte. Ist das tatsächlich Autismus und somit für immer in Stein gemeißelt, unabwendbar für mich und mein eigenes Leben? Oder steckt da mehr dahinter? Viele Autisten zum Beispiel haben ja im Laufe ihres Lebens, wenn sie von Kindern zu Jugendlichen und Erwachsenen groß geworden sind, soziale Fähigkeiten erlernt. Trotzdem fühlen sie sich heute als Erwachsene sehr viel überforderter und hilfloser in sozialen Situationen als noch als Kind. Und das in erster Linie aufgrund ihrer emotionalen Reaktionen auf soziale Situationen. Bedenkt das nicht aufgrund eines noch immer bestehenden übermäßig großen Unwissens. Wie funktionieren soziale Situationen? Das haben viele zumindest hochfunktionale Autisten im Erwachsenenalter relativ gut verstanden, sondern aufgrund ihrer sozialen Überforderung, ihrer sozialen reflexartigen Trauma-induzierten, wie ich in diesem Video die These aufstelle, Reaktionen. Und hier ist es vielleicht hilfreich, das zu überprüfen, ist diese Reaktion tatsächlich der aktuellen Situation angemessen? Möchte ich in eine Vermeidungshaltung hinsichtlich dieses Gefühls- und sozialen Situationen gehen? Ist Vermeidungshaltung die Lösung oder möchte ich eventuell auch korrigierende soziale Erfahrungen machen als ein Autist, der heute das soziale Miteinander gut verstanden hat? Und ja, stürze mich dann vielleicht, das ist ganz natürlich wichtig, selbstbestimmt und aus eigenem inneren Antrieb als mündige Erwachsene mal wieder ins soziale Getümmel oder auch nur in eine kleine soziale Situation. Ja, das einfach mal als Denkanstoß hier mitzugeben in diesem Video und schreibt natürlich auch eure Meinung gerne unter dieses Video. Würdet ihr meinen Thesen, und mehr ist es ja erst einmal nicht, zustimmen, dass Schüchternheit, soziale Angst und auch dieses, wie ich es mal behaupten möchte, übersteigerte, ja, diese übersteigerte Empfindlichkeit, auch das ist ja erst mal eine These, gegenüber der räumlichen physikalischen Nähe anderer Menschen, meistens Fremde, dass das eher auf soziale Traumatisierungen zurückzuführen ist und nicht auf den eigentlichen Autismus. Und wenn das der Fall ist, könnte natürlich auch ein Therapieren, sage ich es einmal, dieser traumatischen Erfahrungen, dieser Trauma-Folgeerscheinungen hilfreich sein? Fragezeichen. Ja, schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich wie immer für die wohlwollende und interessierte Aufnahme dieses Videos. Auf diesem YouTube-Kanal kommt jede Woche mindestens ein neues Video zum Thema Autismus. Wie gesagt, aus erster Hand, ich selbst habe, ich sage es noch einmal, mehrfach die Diagnose auf das Asperger-Syndrom erhalten und bin seit ca. 15 Jahren im Bereich Autismus tätig. Ja, ich bedanke mich natürlich auch für ein Abonnement und wenn ihr mich und dieses ganz YouTube-Projekt unterstützen möchtet, werdet von Herzen gerne auch Kanalmitglied. Haltet wie immer die Ohren steif. Danke, dass ihr bis zum Ende mit dabei geblieben seid. Alles Gute, euer Tom. Zum Ende. Vielen Dank.